Eine kleine Buschdraft-Tour mit ein bisschen Schnitzen, ein bisschen Kochen, es windet, es regnet. Du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Albo und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Video. Leute, die Temperaturen steigen, die ersten Blütenknospen kommen raus. Wir haben aber gleichzeitig hier in Norddeutschland ordentlich Sturm, muss ich sagen, gerade. Also mir weht es schon von allen Seiten. Ich werde mir ein kleines geschütztes Plätzchen suchen und dann werden wir mal gucken, was wir in unserer kleinen Buschdraft-Tour heute alles hinkriegen. Kochen will ich auf jeden Fall, ich habe auch jetzt schon ein bisschen Hunger und Schnitzen könnte auch mal wieder dran sein. Ich habe auf jeden Fall alles dafür mitgenommen. Ansonsten schnacken wir mal über dies und das, über neue Ausrüstung und dann nehme ich euch doch mal mit auf meine kleine Wandertour. Ja, ich habe auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall immer noch ziemlich windig hier draußen. Es geht die ganze Zeit schon relativ starker Wind. Es ist noch nicht Sturm, aber es kommt nicht mehr lange weg. Also ich denke mal ein Gewitter zieht irgendwann auf. Vielleicht heute Nacht würde ich eher sagen. Aber es ist komplett trocken. Das heißt, ich kann erstmal noch aufs Tab verzichten, setze mich entspannt ein bisschen hin, beobachte Tiere. Ja, ich habe mir jetzt hier ein kleines schönes Plätzchen rausgesucht. Das ist ein Plätzchen, wo ich auch schon mal vorher war. Es ist hier sehr schön abgelegen. Man hat ein bisschen Wasser in der Nähe und man wird nicht so belästigt die ganze Zeit von den Leuten. Ich werde gleich erstmal anfangen zu kochen und schnitzen nebenbei noch ein bisschen. Und dann spannen wir uns zusammen draußen. So, da kriege ich mal doch langsam Hunger. Wollen wir uns mal ans Kochen machen. Heute mache ich eine kleine Westernpfanne und dafür brauchen wir folgendes. Eine Schüssel mit Besteck, Bohnen, Tomatenmark, Öl, Salz, Pfeffermischung, ein bisschen Kohlenhydrate in Form von Brötchen, unser Kochgeschirr mit Trangia-Kocher, eine Zwiebel, Knoblauch, Schinken und würzige Würstchen. Das Ganze runden wir ab mit ein paar Chilis. Als erstes schneiden wir uns die Zwiebeln. Die dürfen auch schön grob geschnitten sein. Dazu packen wir ein bisschen Schinken, zünden unseren Trangia an und fangen an, den Speck und die Zwiebeln schon mal anzurösten. Oha, da fängt es doch noch an zu regnen. Dann fange ich mal an, meinen Tarp aufzuspannen. Nicht, dass ich noch nass werde. Hallo! So, jetzt haben wir die ersten schön angerösteten Zwiebeln. Jetzt fangen wir an, unsere Würste reinzuschneiden. Die lassen wir dann auch ein bisschen anbraten, tun noch das Chili dazu und gießen das dann gleich mit Wasser auf. Verrühren Tomatenmark, Gewürze rein und so weiter und so fort. So, jetzt sind auch einige der Würstchenstücke schön ein bisschen gebrannt. Wir nehmen jetzt noch getrocknete Chilischoten, zerreiben die einfach. Ah, so. Na ja, ich würde vielleicht empfindlicheren Leuten dazu raten, höchstens eine Schote zu nehmen. Auf, ja sagen wir, 300, 400 Gramm Essen. Aber jeder, der gerne mehr mag, kann gerne mehr nehmen. Jetzt fügen wir noch Tomatenmark hinzu, gießen das Ganze mit Wasser auf, packen unsere Pfeffersalz-Gewürzmischung hinein. Ihr könnt natürlich auch ein paar Kräuter nehmen oder so, je nachdem wie ihr es am liebsten habt. Verrühren das Ganze. Während das jetzt langsam durchzieht, geben wir schon mal ein bisschen von dem Knoblauch dazu. Jetzt geben wir noch die roten Bohnen dazu. Ungefähr 50-50 machen wir, ja. Nicht voll, aber so ungefähr, dass es Hälfte-Hälfte ist. Verrühren das Ganze wieder ordentlich. Und jetzt machen wir den Deckel drauf. So, und jetzt kocht das Ganze. Ich würde mal sagen, so ungefähr 10 Minuten durchziehen lassen, damit sich die ganzen Gewürze verteilen und so weiter. Und dann können wir es auch schon anrichten. Und ich gehe währenddessen ein bisschen spazieren. Wirklich 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 Das war echt lecker muss ich sagen und eigentlich war es nichts anderes als Resteverwertung. Das hatte ich irgendwie noch zu Hause rumliegen und dachte mir, komm, du machst eine kleine Pfanne draus. Und mit den zwei Aufbackbrötchen war das echt lecker, muss ich sagen. Ich hatte jetzt zwei Portionen, ich bin jetzt auch ordentlich voll gefressen, der Wind pfeift ohne Ende. Es hat natürlich ordentlich angefangen zu regnen. Ich werde jetzt noch ein bisschen in die Natur angucken, ein bisschen den Regen genießen und dann treibt es mich mit dem Wind auch demnächst wieder nach Hause. Ich werde jetzt noch ein bisschen in die Natur angucken. Endlich mal wieder eine kleine schöne Kochtour. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Man muss allerdings sagen, ich war in letzter Zeit ziemlich viel unterwegs. Wir hatten ja erst Heidschnuckenweg, da bin ich auch noch mal weiter gewandert als die fünf Videos, die bis jetzt draußen sind. Dann waren wir gerade in Dänemark Urlaub machen. Wir haben da so an der Ostküste, wie so ein Zuckerhut, einmal eine Tour gemacht. Das war auch ganz interessant. Und ja, es steht sowieso einiges an. Ich habe im Moment relativ viel zu tun. Und da kommt mir so eine kleine Entspannungstour auch bei schlechtem Wetter durchaus gelegen. Zwei kleine Dinge wollte ich euch noch erzählen. Und zwar ziehe ich gerade bzw. demnächst um. Ich habe dadurch natürlich relativ viel zu tun. Ich ziehe aus Hamburg raus, ein bisschen in den Süden. Nicht allzu weit. Man will ja noch in Reichweite der Freunde bleiben. Und nächste Woche ist auch schon der erste Mittelalter Markt. Das heißt, ich habe mega viel zu tun wieder. Ich versuche natürlich trotzdem pro Woche zwei Videos für euch zu machen bzw. auch ein bisschen vorzuproduzieren. Klar. Aber das wollte ich euch an der Stelle nochmal gesagt haben, damit ihr ein bisschen Bescheid wisst, falls mal was verzögert kommt oder falls es mal vorkommt, dass ich nicht so viel Zeit habe im Video oder irgendwie sowas. So meine lieben Freunde, ihr merkt schon, der Regen nimmt ein bisschen zu. Ich wandere jetzt langsam nach Hause. Die Tour hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das Kochen war überraschend lecker. Ich hatte eigentlich mit weniger lecker gerechnet, aber so ist das. Das kleine Schnitzprojekt zwischendurch, das wird als separates Video kommen. Hatte ich eigentlich schon mal angekündigt, aber da ist was schief gelaufen. Das werdet ihr dann im jeweiligen Video natürlich auch noch erfahren. Hier findest du jetzt weitere Videos und natürlich den Abonnieren-Button. Einfach mal draufklicken und dann verpasst du keine Buschcraft-Touren und ähnlichen Videos mehr. Und wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da auf dieses Video. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss Tschüss.